Wir werden eine magische Zeit hier zusammen genießen. Und jetzt übergebe ich weihnachtliche Musik feuerfrei die Benefizgranaten aus Langenfeld. Viel Spaß für alle. Ja, hallo zusammen. Vielen, vielen Dank, Olaf, für die tolle Rede. Das kann ich ja eigentlich gar nicht übertrumpfen. Ja, wir sind die Benefizgranaten aus Langenfeld, sind ein gemeinnütziger Verein aus Langenfeld und haben uns zum Ziel gesetzt, mit und durch Musik Gutes zu tun. Im Corona-Lockdown ist der Verein entstanden. Dort haben wir über 600 mobile Konzerte gespielt. Für Spieler können wir nichts, dann sind wahrscheinlich die Finger an der Gitarrenseite. Aber wenn der eine oder andere schiebe Ton kommt, dann konnte man nicht mehr greifen. Aber wir tun das Beste, machen das Beste. Ja, wir machen das Beste draus. Also auf jeden Fall erstmal vielen lieben Dank. Weiß ich es nicht. Ja, danke. Wir haben ja. Wir haben ja immer wieder Guterresite. Wir haben ja auch ein給feren. Wir haben ja immer wieder Guterres, verrunden, wir haben noch nie getrennt. Wir haben ja schon seitens gut Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020